Willkommen im Paradies. Ihr wollt Action. Ihr wollt mit allem unserer Boote um die Insel heizen, oder? Ja! 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 Da unten ist ein Wrack. Das sieht uralt aus. Da müssen wir runter. Was soll da schon passieren? Ein versunkenes Schiffswrack. Ein sagenumwobener Piratenschatz. Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer. Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz. Mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In drei Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Haint sein Luxusresort errichten kann. Für mich ist das denn. Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Sein Dorf retten. Alles klar. Wir sollten los. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Die fünf Freunde sind wieder da. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät sind wir nun immer auf den Fersen. Er hält uns nicht. Der ist total morg. Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Sie verfolgen uns. Ein paar schneller. Tja, Kinder. Das war's dann wohl. Guck mal, blöck, guck mal, blöck. Danke. Zeig schon. Demnächst im Kino. Jesse rundown. guck mal. Das war's da. Wir gucken uns, duk, ich meine Schatz,